Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Transcripts. Wir empfinden uns mittlerweile in Woche 154 mit unserem Kreuzritter diese Woche und mit dabei der Max. Halli hallo. Hallöchen. Ja, ihr seht mal, also auf den ersten Blick ist es gar nicht so sichtlich, was wir spielen, aber wir spielen, ja, gesegnete Hammer, also es ist Hammerzeit, eine kleine Art Torbild, könnte man fast behaupten. Ja, wir werfen die kleinen Hämmerchen, und zwar ist es das Suche-das-Licht-Set, und zwar der vollen 6-Set-Bonus. Ja, das Set ist eigentlich schon bekannt. Es gibt da nichts weiter großartig zu erklären, es gibt hier ein paar neue Features, ein paar neue Gegenstände, die ein paar neue, also für mich neue, wie soll ich sagen, Affixer haben, die ganz gut synergieren miteinander. Ich will euch das hier kurz vorstellen, dann machen wir das heute auch gar nicht so lange, und zwar geht es einfach um das 6-Set, und zwar Hammerwerfen, Hammer macht Schaden, und das war es schon, mit himmlischer Verstreckung nehmt ihr noch weniger Schaden, oder macht noch mehr Schaden, das liegt ganz an dem Set, oder was ihr trifft. Des Weiteren geht es darum, dass ihr mit der Waffe, die ihr anhabt, also angelegt habt, das ist eine Zweihandwaffe, macht ihr, wenn ihr mit dem Aufstampfen, hier mit diesem himmlischen Verstreckungssprung, einen Gegner trifft, was Max gerade im Hintergrund vorgemacht hat, also dieser Sprung, wenn ihr damit Gegner trifft, also bis zu 10 Gegner könnt ihr locker treffen, oder könnt ihr noch mehr treffen, aber bis 10 Gegners deckt es, macht ihr pro Gegner 75% mehr Schaden mit euren Hämmern. Das Ganze ist kombiniert mit dem Schild, weil das Schild besagt 10% Zusatzschaden mit einer Zweihandwaffe, was natürlich in Verbindung ganz gut ist. Dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, die Hose, die im Cube ist, ist in Verbindung nicht, ich habe da nachgeguckt, ist in Verbindung nicht mit himmlischer Verstreckung nutzbar, weil der himmlische, oder die himmlische Verstreckung kein Betäubungs- oder Blendeffekt, oder was weiteres macht, deswegen nutzt ihr dafür das Schild, also reinspringen, Schild drücken, Hammer werfen, Gegner platzt. Ganz einfach. Ja, Schild oder provoken. Genau. Torn zählt nicht. Torn zählt nicht, nein, nein, also ihr müsst schon, also den Sprung machen, dann das Schild quasi, damit ihr das alles triggert, und dann könnt ihr halt die Hämmer werfen, das macht dann richtig Schaden. Ja, für die Waffen, die wir haben, die erste, den Blutsbruder, den in der Mitte, das ist, vergesst das Ding, ne? Und den rechten, der ist wichtig, damit habt ihr eine größere Angriffsgeschwindigkeit von 100%. Ich würde sagen, die Waffe in der Mitte, den Blutsbruder tauscht aus durch ein Amulett, durch ein Ring, durch irgendwas anderes, dann ist das nämlich auch nicht an die Season gebunden, weil so ist es in diesem 20-Bild, also haut's weg, haut rein. Und der Rest, ihr kennt das ja, die Ringe sind so lala, die Ring, die... Convention Elements ist gut, der andere ist so, Mäh, Halsgüttel, Mäh, genau. Gürtel, Mäh, Armschienen sind okay, das ist die einzige, wobei wir haben auch eine normale Fähigkeit für Regeneration, entspricht so relativ gut. Aber du regenerierst auch mit dem Kreuzritter sehr schnell, daher ist das auch wieder irrelevant, ne? Ja. Und du brauchst ja nicht 500 Hämmer, damit das passt. Also daher, die ganzen anderen Dinge, außer die ich jetzt so vorgestellt habe, also abgesehen vom Set und den Waffen, sowie schildern, könnte man austauschen. Naja, ich habe auch nochmal schnell über die ganzen Fähigkeiten drüber, und da würde ich sagen, verabschieden wir schon sofort in den Rift, ne? Weil du hast einen kleinen Speed Rift machen, beziehungsweise Nachtrag, wird ein Speed Nachtrag, ich labere mich schon wieder viel zu lange. Max mal irgendwelche Anregung, da machen wir den Rest innen drin. So ist es. Also der ganze Bild ist auch ausgelegt, muss man sagen, ne? Auf Bosse, ne? Also wirklich. Ja, man merkt es, es ist relativ wenig Trash unterwegs. Ihr habt es gerade gesehen, Sprung, Blenden, Mops tot. Ja, und der Trash ist einfach, der fällt nachher nebenbei um, wenn ihr so einen Hammer werfen wollt. Aber sonst, ja, ich sehe das hier. Blenden, Tod, töten, weiterlaufen. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen vor, beziehungsweise im Guide-Hight ist es auch fast egal, Herr Max. Ja, im Guide-Hight können wir einfach zusammenlaufen und machen dann gleich. Genau. Es gibt nämlich eine Möglichkeit für zwei Spieler wunderbar zu cutten, beziehungsweise die Zeit, ja, die Zeit zu cheaten. Wirst du nicht. Ohne blau, ja, ich laufe das mal runter. Wir zeigen erstmal den Cheat. Achso, aber da ist ein Gegner, den muss ich killen. Also jeder ist allein das Blenden durch die Hose, macht 400% mehr Schaden, also schon extrem. Ja, das ist definitiv bemerkbar. Damit müsst ihr halt echt aufpassen. Also hier ist der Cut-Fee, unten geht es direkt zum, zunächst eben in zwei. Genau, aber, ja, sag du. Ja, von dem Pylonen oben, vom Schildpylon, könnt ihr einfach runterlaufen, da wo Max jetzt langläuft, ist quasi ein Rundweg, den würde ich euch im Solo-Guide empfehlen, also Solo einfach ab Schild hier runterlaufen und den langen Weg laufen, da habt ihr nämlich drei, vier, fünf Bosse noch da hinten in der Ecke, das macht es bemerkbar, dann braucht ihr auf zwei Ebene zwei, Ebene zwei ist die Kanalisation, die ist eh schon ätzend lang, ihr habt hier leider kein Pferdchen drin, was echt hilfreich wäre, so ein Pferd, aber ja, deswegen ist das leider nicht so machbar. Nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, was ich heute allzu viel erzählen soll zum Ganzen, ich habe ja schon alles erklärt, das ist noch nicht langweiliger Luft, ja, richtig. Das Einzige, was ich wirklich noch aktiv ändern würde, wäre zum Beispiel, das Gebot, kann man rausnehmen, kann man ein Pferdchen einpacken, wenn man das Pferd eingepackt hat, kann man so drift halt noch schneller meistern. Ihr seid sehr squishy, also ihr fallt relativ schnell um, wenn ihr euch zu sehr in die Gegner reinbegebt, ohne irgendwie die Gegner zu blenden, zu betäuben, EDC, ne, ist halt leider mal doof. Ja, ich würde schon mal vorlaufen, Max. Genau, richtig. Ihr seht, wir sind bei fast 75 Prozent. Ja, Ebene 1. Entsprechend, wenn man sich entsprechend aufteilt, macht einer Ebene 1 clear, der andere macht Ebene 2 bis zum Punkt, wo der Rift Guardian spawnt. Da ist dann halt der Nachteil, irgendjemand muss alleine den Rift Guardian machen, je nachdem, auf welcher Seite er spawnt. Und im Normalfall sollte er eigentlich auf Ebene 2 spawnen, weil Ebene 1 wird leer sein, bevor irgendwas ist. Und dann kann man entweder hier Ebene 2 hinterherlaufen, dann sagt der Erste eben, er lässt hier ein bisschen Trash stehen, obwohl hier steht halt nicht sehr viel. Und auch ansonsten, hier ist nicht sehr viel. Ist nicht möglich. Eigentlich nimmt die Person, die auf Ebene 2 ist, einfach alles mit was geht. Ja, das ist halt so, die ersten 10 Meter sind echt älten, danach kommen zwei, drei Bosse. Das ist halt wirklich so, aber... Ja, man kann nirgendwo irgendwie skippen oder ähnliches, aber... hier am besten immer mal wieder hämmern, weil ihr könnt hier außen ein paar, ja, Krüge, was auch immer zerstören, was euch ein Speedboost geben kann. Ja, das stimmt, ab und zu merkt man das, ab und zu liegen auch immer die Fallen von den dreckigen Mobs hier rum. Ja, da merkt man es, dass man langsam wird, genau, macht Pylonen. Und ihr seht, wir sind bei 97%, wir haben gründlich Ebene 1 gecleared, was leicht übertrieben ist. Irgendwo hier in der Gegend steht nämlich nochmal ein gelber Mob rum, entsprechend, den kann man, sich auch mitnehmen und... ja, gut, okay, also, ähm... Ups! Meine Bedenken, mit dem der Rift Guardian spawnt nur bei einem, sind damit auch hin. Also, wenn ihr das wissen wollt, das war, glaube ich, gerade nur ich, Max hat, glaube ich, noch nichts zu sagen. ich bin reingesprungen und mehr konnte ich nicht tun. Ja, ich, wie gesagt, das war der Sprung, das Blenden und zwei Hämmer. Wir hatten aber Macht. Ja, aber das ist aber egal, das hast du ja immer. Also, wenn du hier rauskommst, hast du die eigentlich. Ja, richtig. Naja, ich würde sagen, das war der Guide-Teil, der war lang genug. Ähm, wie immer seht ihr Wünsche und Verbesserungsvorschläge, wir gucken aber noch kurz ins Leaderboard, weil wir wollen ja gerne die Zeit, die, ups, wir sind relativ schlau. Ja, irgendwas um die zwei Minuten ist. Ja, 1,35, wir wollen Top 10 machen, das sind wir so, die drei Minuten müssten wir, ja, das kriegen wir hin. Denke ich auch. Also, wir sehen uns gleich im Nachtrag. Willkommen zum gewohnten Nachtrag. Ja, ihr kennt das Spiel bereits, wir haben es noch etliche Mal versucht, naja, fünf, sechs, sieben Mal. Wir haben eine Zeit erreicht von 2,28, das ist so eigentlich eine relativ gute Zeit. Damit sind wir derzeit Zweiter, aber, ja, nach vorne geht noch ein bisschen was. wer da kommt. Ja, und nach hinten haben wir ein bisschen Abschalt, also ich glaube, am Ende der Woche sind wir so wieder Platz 10, 15 rum, fürs Erste ganz okay. Ich blende euch mal kurz die Karte ein von Ebene 2, ähm, also das ist der Laufweg, der direkte Laufweg, den ihr so nehmen könnt. Dann kommt Ebene 3, Ebene 3 ist fast symmetrisch oder spiegelbündig, kann man sagen, identisch zu Ebene 1, identisch zu Ebene 1, äh, soweit kommt ihr aber in der Regel nicht. Wenn ihr die komplette Ebene 1 cleart und dann hier durchgelaufen seid, seid ihr in der Regel durch, ne? Das Problem ist halt, hier ist echt nervig, ihr habt es im Guide-Teil gesehen, langsam, langwierig, und so weiter und so fort, ne? Es fehlt halt echt irgendwo so ein Speed. Also, ein Pferdchen oder Speedpilot oder irgendwas fehlt hierbei. Ansonsten würde ich sagen, ist das Ganze ganz nett, auch vom Bild her, ne? Auch von der Spielweise, auch von der Spielweise, dass er langsam ist, genau, läuft er eigentlich sehr gut. Ja, also da kann man jetzt natürlich, das Grundgerüst, damit kann man prima T10 spielen, für Leute, die das mal ausprobieren wollen, äh, und der Rest ist einfach so individuell, ein bisschen Anpassung, also daher muss ich sagen, ist ein ganz netter Rift gewesen, für die Woche. Es gibt, also meinerseits, Ticks mehr zuzufügen, ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr mal wieder Feedback da lasst, das war ja letzten Wochen immer sehr schön, hat mich gefreut, und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr die nächste Woche wieder einschaltet, weil wir machen jede Woche den Challenge Rift und dazu, wenn ihr dann nichts mehr verpassen wollt, gerne ein Abo, Daumen und Feedback da lassen oder auch dieses kleine Glöckchen aktivieren, was die ganzen Leute an Leute so sagen und dann würde ich sagen, Max, hauen wir rein, bis nächste Woche.